Da unten sehen wir ein Stadion, NSK Olympijski Olympiastadion in Kiew. Hier wird das Finale der UEFA Champions League ausgetragen. Das findet im Mai dieses Jahres statt. Und ich möchte Ihnen noch ein Stadtpanorama zeigen mit Wolkenkratzer, mit Museum Kiewer Festung. Also hier gab es eine Festung in Kiew seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Und heute ist es einer der spektakulärsten Museen in Kiew. Herzlich Willkommen in Kiew!